Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Fremdwörter lernen mit Bildern. Heute geht es um das Fremdwort apart. Das Adjektiv apart bedeutet eigenartig oder geschmackvoll. Den wahren Sinn von apart begreift man jedoch erst, wenn man apart auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückführt und das im Wort versteckte Bild erkennt. Apart kommt aus dem Französischen apart. Apart meint wörtlich beiseite, abgesondert, abgeteilt. Das in Apart enthaltene Bild des abgetrennten, abgesonderten hilft uns wieder Wortverwandtschaften zu entdecken, wie Apartment gleich die abgetrennte Wohneinheit oder Apartheid, also die Politik der Rassenabtrennung oder Apartheid, Spanisch gleich beiseite oder Aparthasi, italienisch für absondern. Aber es geht noch weiter. In Apart steckt das lateinische Pars gleich Teil oder Abteilung. Pars finden wir auch in Wörtern wie Partei, gleich Teil des politischen Spektrums oder Partie, gleich Teil einer Ganzheit, zum Beispiel Partie des Gesichts oder in dem Adjektiv partiell, teilweise. Mit dem Wissen über Apart erkennen wir weitere Querverbindungen. Denn wir können nicht nur etwas abteilen, sondern zum Beispiel auch etwas ungleich teilen. Die lateinische Vorsilbe Dis steht für ungleich. Dis und Pars führt uns direkt zu Wörtern wie Dispart bzw. Disparate, Englisch für unterschiedlich oder Disparität bzw. Disparity, Englisch die Ungleichheit. Aber zurück zu Apart. Wir merken uns, Apart meint wörtlich abgeteilt vom Gewöhnlichen und beschreibt somit etwas Besonderes. So, das war es schon wieder. Machen Sie sich das Fremdwörterlernen einfach. Nutzen Sie die Vorliebe Ihres Gehirns, in Bildern zu denken, indem Sie Fremdwörter auf das in Ihnen versteckte, ursprüngliche Bild zurückführen. So lernen Sie Fremdwörter leicht und dauerhaft. Wenn Sie sich weitere Beispiele für das Fremdwörterlernen ansehen wollen, dann abonnieren Sie einfach meinen Kanal Wissen vernetzen. Oder Sie klicken auf den Link unterhalb des Videos. Auf meiner Webseite www.fremdwörter-lernen.de finden Sie noch viele weitere Anregungen und AHA-Effekte zum Fremdwörterlernen mit Bildern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Christoph Kleinfeld Ihr Christoph Kleinfeld